Welche Bilder verbindest du mit dem Begriff Hexe? Einen Zaubertrank? Oder gar eine schwarze Katze? Oder bist du eher bei der Frau mit dem Besen, die mit einer langen Nase und Warze und Hut durch die Gegend saust? Ja, moin moin, hier bei Arnold Erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video schauen wir uns mal Mia Holl aus Corpus Delicti an und überlegen, was es mit dem Thema der Hexe auf sich hat. Die Assoziationen, die wir gewöhnlich im Alltag mit Hexen verbinden, können leider nicht darüber hinwegtrösten, dass es eine sehr schreckliche Geschichte der Hexenverfolgung gibt, die auch Juli C. in ihrem Roman aufgreift. Etwa 50.000 Menschen, vor allem Frauen, fallen der Hexenverfolgung zum Opfer. Juli C. hat für ihren Roman Corpus Delicti die Geschichte dieser Hexenverfolgung aufgegriffen. In ihrer Publikation Fragen zu Corpus Delicti nennt sie den Roman gar eine moderne Hexenjagd. Das mag in der Tat nicht verwundern, schließlich zitiert sie doch gleich zwei klassische Protagonisten der historischen Hexenverfolgung. Notieren Sie sich während dieses Videos die wichtigsten Aspekte zu Heinrich Kramer und Mia Holl. Der vom Papst befugte Inquisitor Heinrich Kramer, Henricus Institoris, zieht als reisender Ermittler, vor allem durch Süddeutschland, und verbreitet hier fanatisch den Glauben an Hexen. Mit 15 trat dieser in den Orden der Dominikaner ein. Aus seiner Jugend ist auch Judenhass dokumentiert. Innocence VIII legitimiert den bereits zu Lebzeiten durchaus umstrittenen Kramer und die Hexenverfolgung durch eine päpstliche Hexenbulle. Hiermit erkennt er die Existenz von Hexen erstmals an. Das zentrale, aus heutiger Sicht unmenschlich wirkende, aber ausgesprochen intensiv rezipierte Werk der europäischen Hexenverfolgung ist der von Kramer verfasste frauenfeindliche Maleus Maleficarum, zu deutsch besser bekannt als der Hexenhammer. Der Hexenhammer ruft die Verfolgung der Hexen zwar nicht ins Leben, befürwortet diese aber im Sinne eines Hand- und Lehrbuchs. Sich an die Kirchenlehren Thomas von Aquins und Augustinus anlehnt, formt die Inquisition mit der Erscheinung 1486 einen Traktat, der sich gezielt gegen Frauen richtet, da diese besonders anfällig für Hexerei seien. Folter wird hier beschönigend als peinliche Befragung bezeichnet und sei ein legitimes Verfahren, um den Hexen die Wahrheit zu entlocken. Den damals zur Hexerei verurteilten Frauen wurden in grausamen Folterverfahren Geständnis abgerungen, die darauf zurückzuführen sind, dass der körperliche Schmerz so groß war, dass selbst ein zum Tod führendes Geständnis das kleinere Übel war. Hexen wurden eingesperrt und warteten dort auf den Tod, etwa durch die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Der ideologisch verblendete Hexenhammer gereicht zum traurigen Bestseller, der es bis ins 17. Jahrhundert auf 29 Auflagen bringt. Doch Kramer und sein Werk sind nicht die einzigen historischen Relikte, die Ulysee aufnimmt. Die Figur Mia Holl wird im Roman wortwörtlich als Hexe bezeichnet und hat ebenfalls eine historische Vorlage. Die historische Mia Holl wurde im 16. Jahrhundert in Ulm geboren. Die verheiratete Gastwirtin aus Nördlingen wurde vermutlich wegen wirtschaftlichen Neids der Hexerei bezichtigt und Ende 1593 inhaftiert. Doch anders als viele geständige Hexen überstand sie weit über 50 Folterungen. Nicht zu einem Geständnis genötigt, kam sie frei, weil sich die Reichsstadt Ulm 1594 stark dafür einsetzte. Heute noch ruht ein Gedenkschild am Gasthof Goldene Krone, der dem Schicksal der Mia Holl gedenkt. Vergleichen Sie Ihre Aufschriebe und Notizen mit Ihrem Tischnachbarn. Überlegen Sie, in welcher Form Ulysee die historischen Gestalten in Ihren Roman hat einfließen lassen. Sammeln Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Inwiefern handelt es sich bei diesem Roman um eine moderne Hexenjagd? Interpretieren Sie die Funktion der historischen Figurenübernahmen. Bei der Bearbeitung dieser Aufgaben viel Erfolg und bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017